So nicht, ja? Also, mach euch mal die Basics. Oh, Mann, oh. Ja, Huchstrauber kommt, Freunde. Gute Maschute. Warte, bleib sitzen. D-Fuck, geht dir das auch drauf? Ich kriege diesen anderen Tickel, gell? Loll. Weißt du, was ich gefunden habe? Wtf? Mit Fire. Was ist das denn? D-Fuck! D-Fuck! Bist du, Loll? Bruh! Yeah, boy! Auch ff. Loll! Okay, ich bin übelst weg. Der hat ein Bus irgendwie gegen mich geschossen und ich bin mitgeschossen, Alter. Oh, schon wieder. Digga, was? Big Mac bann den direkt für zwei Wochen, Digga. Der hat ein Kippler sein, nach mir geworfen. Alter. Oh, schon wieder ein Bus. Boah, zum Glück. Erik Mensch, jetzt brennt dieser Drecks-Truck. Der springt nicht mehr an. Der ist hochgegangen, der Drecks-Truck. Ey, ohne Witz. Oh, Alter. Eins, zwei, drei Leute. Was ist das? Ich bin draußen, Jungs. Ich muss vor mit zerschellt, Alter. Ja, ist gut. Erik läuft ganz entspannt bei mir und ist schneller als ich. Ey, ich bin mir richtig schwul. Was macht ihr? Junge. Das sah richtig episch. Oh, das könnte was werden. Oh, hier, Digga. Alter. Alter. Luhl. 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 Ha. Perfekt, Alter. Da hab ich mir fucking tight drauf genannt. Oh, das ist das ganz gut. Oh, hier. Oh, hier ist das. Oh, hier ist das ein. Oh, hier gibt es nicht. Oh, hier ist das ein, was ich wiederell. Oh, hier gibt es nicht. Oh, hier gibt es nicht. Bis zum nächsten Mal.